Mir wurde noch gar nicht schlecht. Puh, also ein bisschen mulmig ist mir ja schon. Nee Leute, ist überhaupt nicht mulmig. Alles super. Du musst gegen den Seitenwind ansteuern. Gegen den Seitenwind ansteuern? Manuell oder was? Natürlich. Hä? Diese alte Kiste oder? Okay, du steuerst immer noch manuell gegen den Seitenwind. Jetzt habe ich Panik. Leute, jetzt fühle ich mich nicht mehr sicher. Jetzt wird mir auch schlecht. Du musst viel rausgucken an den Horizont und so weiter. Hier unten fängt der Sauerland an. Vielleicht war Mettbrötchen vorher doch nicht das Richtige.